Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de Also ich bin der Torwart von Brandenburg 0-3, Marcel Machajski mit der Nummer 1. Ich bin Enes Czabuk, Kapitän, Innenverteidiger und wir geben den Tipp für die erste Herren-Landsliga Staffel 1 ab für den nächsten Sonntag. Okay, also das erste Spiel Internationale gegen Berliner SC2. Ich denke, die werden beide Gas geben und es wird ein hartes Spiel. Ich denke, das wird so 1-1 ausgehen. Das nächste Spiel Schöneberg gegen Novi Pazza. Schöneberg super in die Rückrunde gestartet. Novi Pazza hat auch einen Lauf. Ich tippe und hoffe mir, dass da ein Unentschieden bei rauskommt. Das nächste Spiel Gato gegen Neukölln. Ich denke mal, dass Gato da klare Vorteile haben wird und das Spiel gewinnen wird. Das nächste Spiel wir gegen Eintracht Malshof 2. Wir müssen und werden nachlegen. Wir gewinnen das Spiel. Als nächstes haben wir Charlottenburg-Wilmersdorf gegen Johannesthal. Beide schwierige Gegner. Wir haben ja gegen beide schon zweimal gespielt. Aber ich denke, im Endeffekt wird sich dort Charlottenburg-Wilmersdorf mit 2-1 durchsetzen. Dann haben wir Hermsdorf gegen Hielhalspor. Hielhalspor ordentliche Mannschaft, gut gespielt heute auch. Ich tippe auf Hielhalspor. Die müssen nochmal Gas geben. Das nächste Spiel Grün-Weiß Neukölln gegen Sternmarienfelder. Also da entscheide ich mich eindeutig für Sternmarienfelder. Allein schon aus dem Rückspiel, was wir gegen sie gespielt haben. Die haben eine ordentliche Truppe, gute Mannschaft, gute Teamchemie und die werden das Spiel mit 3-0 gewinnen. Und das letzte für diese Woche wäre dann ein starken 2 gegen Mariendorf. Beides gute Mannschaften auf jeden Fall. Ich tippe da klar 2-0 für Mariendorf. Jetzt mitmachen und Tippkönig werden. Wie könnt ihr mitmachen? Schreibt uns eine Mail mit euren Infos und schon könnt ihr den Spieltag eures Teams tippen. Der Sieger erhält am Ende der Saison einen attraktiven Preis von unserem Partner Admiral Sportwetten. Wir freuen uns auf eure Tipps.